I'm gonna be an optimist about this But if you close your eyes Hey yo Leute, hier auf dem Kanal G-Smile Und heute machen wir eine kleine Nicht-Lachen-Challenge Und ja, falls ihr euch fragt, gleich, wenn wir das Video starten, warum der der Freak steht Und wenn ihr auch das gucken wollt, dann auf jeden Fall heißt der nicht mehr der Freak Dann müsst ihr Boss B, er hat 5000 Abonnenten und checkt auf jeden Fall mal seinen Kanal aus Und ja, ich würde sagen, wir starten mal Wenn der Ton nicht stimmt, macht noch einen Fügel runter Ich hab gerade auch Ich hab auch gerade ein Video aufgenommen, aber Hab ich gemerkt, der Ton war leise von dem Video Also muss ich lauter machen Ich hoffe es stimmt Wenn nicht, dann muss ich es nochmal aufnehmen Und dann ist es hier Muss ich es jetzt bis jetzt vielmal aufnehmen Und das ist sehr cool Das war jetzt nur so Ähm, das seht ihr jetzt nicht Aber das ist dann immer, wenn der Lehrer fehlt Ah, das ist wirklich so Okay Okay Ich hätte das mein Fisch! Ich habe einen Fisch. Ich habe ein Fisch! 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 Das ist für mich eine gewahrordnung. Ich dachte, ich kann nicht! Ich habe ein Fisch! Ich habe ein Fisch! Lotte und der Köln wieder singen nicht Jürgen die Zukunft okay die Klinik und ja Wenn die geschminkt sind, Ohrringe, ja, Stiefel, knackige Figuren, geilen Arsch, ja, das ist dann schon alles okay so, ja. Wie viel Fernsehen darf in die Hunde gucken? Der darf immer mit mir. Immer mit Ihnen? Ja. Der darf alles sehen. Nur keine Pornos. Keine Pornos? Nein, nein, das hab ich nicht verkauft. Der ist schon zur Alkohol. Könnten schon kommen. Ach so, aber die gucken doch wohl keine Pornos. Nein, da hab ich vorher zu viel von geguckt. Heute auch nicht mehr. Okay, was geht mit dem? Okay, dieser Mensch. Wenn jemand behauptet, er ist besser, den FIFA als du. So, das... Marek Bang? Oder das Kollege? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, weil ich guck. Hör keine Lieder von die... Aber ich... Guck mal nicht mehr. Dass ich so viele Haare im Bauch hab, ist doch nicht normal. Du bist halt, dass ich auf dem Kopf hab. Nee, das... das Ding ist, die... die Haare von dem... von dem Kleinen, die wachsen raus. Weißt du? Deswegen kriegst du die jetzt ab. Okay. Äh... Dirty Dancing. Bitte was? Dirty Dancing. Entschuldigung, ich hab's akustisch. Dirty Dancing. Ach, Dirty Dancing. Dirty Dancing, ja. Dirty Dancing, ja. Ich kenne gut Deutsch. Hi, Leute. Wenn ihr Probleme habt, dann fick ich euch. Die dich ohne Online-Beleidigen. Mein Handy, es geht gleich aus. Hä? Hä? Wenn ihr Probleme habt, kommt Privatschip. Das traurige Leben eines Avianten. Fixer. Und ja, ich kann euch klar und deutlich sehen, okay? Immer wieder selben Sprücher. Ja, tut die nächste Bild überhaupt. Ha! Hauptsache, dein Fernseher ist auch 960 zu 9 eingestellt, wa? Immer wieder über Asiaten lästern und sagen von wegen, aha, ching-chang, schau, chinesa, im Kartong! Mann, deine Wurzang, den Kartong! Ging schon in der Grundschule los. Immer wieder so ne kleine Sprüche von wegen, so, du bist so wie armese. Ähm, sag mal was auf Chinesisch. Ich geb dir gleich Chinesisch ne ne Fristel. Ich meine, ey, dieses Video, weil ich euch verstehe, zuwilligerweise. Weil wir alle zuwilligerweise dasselbe Augenformate haben, ja. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß auch wirklich, was ihr jeden Tag durchmachen müsst. Ich meine, guck, 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 guck doch mal an. Ja, wir wären schon hässlich auf, wir wären hässlich geboren. Alter, und daran kann man nichts ändern. Die DNA kann man nicht ändern. Genetik ist nun mal Genetik. Und Tatsache ist, wir sind so hässlich, Alter. War? Wenn 2A seaten sich gegenseitig angucken, ist es so, als würde deinen in den Spiegel schauen, Alter. Das ist einfach so, der sieht einfach 1 zu 1 gleich... Okay. Hm. Oh. 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 Okay, ich hab verloren. Ah, ok. Hey. Hey. Okay. 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 das wenn die die eine halbe Minute wenn dein bester Freund soll auf dich und ihn versucht zum Lachen zu bringen oh shit das kennt richtig viel und so das ist ein hier wird es vielleicht schon ein Ende das Problem mit meinem Gerät das bitte entschuldigen ok oh shit ich feiere diese Musik ich höre die nicht oh die Mitglieder viele kenn ich auch aber man hört einfach los auf diese Musik ich Kleine Brüder schneiden! Hattest du ja gar nicht schon gelockt? Ja! Eden, das sieht doch gut aus, oder nicht? Nein, ich will das nicht! Das sieht wie ein Opa! Du bist doch ein Opa! Nein! Eden, Eden, was machst du da? Meine Haare so rüchst du nicht. Findest du das nicht so gut? Meine Schwester ist gerade reingekommen. Eden, warum willst du das nicht so haben? Alle Kinder lachen nicht aus! Lachen meine Haare nicht aus! Und, Eden, bist du wieder glücklich? Ja! Denkst du deine Haare sehen gut aus? Ja! Echt? Ja! Ja! Okay. Die sitzt gerade neben mir. Wenn deine Freunde dich während einer Klassen ständig angucken. Und? Ja! 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 Okay! 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 Nicht mehr so lange.